So Leute, hier geht's weiter mit Tag 2. Wir wollen Athenia befreien. Natürlich wollen wir das und dann klicken wir auf weiter. Da hast du recht, Kollege. Doch das Dorf muss noch aufgebaut und noch viele Kämpfe bestanden werden. Da bin ich mir sicher. Es wird nicht leicht, aber es wird sich lohnen. Alle werden so glücklich sein. Oh, prima. So. Soll ich hier nichts bauen, oder was? Hm, hm. Die hier sieht ziemlich abgewrackt aus, ehrlich. Möchtest du die reparieren, oder was? Ich kann Waffenrüstung trinken. Guten Abend, morgen. Nee, die Apotheke würde ich gern aufrüsten. Aber anscheinend ist das hier noch nicht gedacht. Was man das macht. Ja, was ist denn hier? Hallo, kommt da rein. Da war ich doch gerade. Wo ist der Unterschied? Hm, hm. Ich gebe 15 Steine. Und die Burg selber kann ich nicht aufrüsten. Okay, ja, dann folgen wir einfach mal. Wir fehlen die und machen. Gehen zum nächsten Tag über. Wissen wir nicht. Wisst ihr schon, welches Territorium wir zuerst befreien? Nö. Wissen wir nicht. Gut, jetzt nur die Ruhe. Vorher müssen wir Vorräte erneuern und unser Dorf für die Zukunft vorbereiten. Machen wir. Machen wir. Für jedes Studio in eurem Besitz erhaltet ihr Ansehen und Gold, mit dem ihr Gebäude oder Herstellungsrezepte erhalten könnt. Okay, begebt euch in euer Dorf. Machen wir. Mahlzeit. Ihr habt nur wenig Wassermaterial, das man braucht, um Tränke herzustellen. Ich weiß, wer hätte das geahnt. Ist vielleicht ein gewagter Ansatz, doch ein Wasserträger könnte die Lösung sein. Aha, Wasserträger. Wie könnt ihr den Bau? Das Dorf hat gute Leute verloren, als Randall hier gewütet hat. Ihr könnt euren wachsenden Ruf nutzen, euer Ansehen, um sie zurückzurufen, halb verhungert und mit Schlamm bedeckt. Sie werden uns helfen und haben vielleicht wichtige Informationen für uns. Wie geht das? So. Aufziehe. Bringt eure Wasserversorgung in Gang. Schalten Sie Wasserträgerhütte frei. Baut Wasserträgerhütte. Aha. Klickt auf die Talentbau-Schaltfläche. Ah, wo ist die? Ah, da ist der Talentbau. Seht ihr? So. Guckt mal, guckt mal, guckt mal, guckt mal. Hier ist der Talentbau. Ach, verdammt. Den habe ich letztens schon angesprochen. Vergesst nicht, dass euch eure Territorium Ansehen verleihen. Mit Ansehen könnt ihr Tränkegeräteausrüstung freischalten, indem ihr sie ausgebt. Also hier in den Tree, da kann man Punkte ausgeben. Dann kriegen wir neue Sachen dazu. Wird eure Fraktion erhöht, wodurch eure Champions verbessert werden. Schaltet jetzt die Wassermühle frei. Da ist hier die Wassermühle. Okay, dann ist Platz 1. Da bleibt mir sowieso nicht viel Wahl. Ibi. So. Ihr habt gemerkt, dass die Anzeige rechts gestiegen ist. Jawohl, das haben wir mitgekriegt. Als ihr den Wasserträger freigeschalten habt. Ja, natürlich haben wir mitgekriegt. Das habe ich schon gesagt. Diese Leiste zeigt das gesamte Ansehen an, das ihr ausgebt. Okay. Wenn ihr euren Sinn ausgibt, erhöht ihr automatisch eure Fraktionsstufe und erhöht außerdem die Mitte, die euer Dorf und eure Wirtschaft auszubauen. Und erhaltet außerdem die Mittel. Oh Mann, oh Mann. Ich brauche ein Fernglas, Leute. Meine Augen sind nicht mehr die besten. Und erhaltet außerdem die Mittel, um euer Dorf und eure Wirtschaft weiter auszubauen. Um jetzt eine neue Wasserhütte zu errichten, begebt ihr euch zurück in die Dorfansicht. Mäht euch Gebäudeminü. Mama. Oh Mann, oh Mann. Echt? Aber ich finde das wirklich klein. Ich brauche einen großen Monitor. Arme Helm. Oh nein, Monitor. Neue Monitor. 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 Nee, Wasser. Wasser, ja, will ich bauen. Wohin? Spielt das eine Rolle? Also, dieses ganze Ding zählt als Berg. Okay. Das ist eine Riesenhütte. Seht ihr, wie schnell uns das Baumaterial ausgeht? Wir brauchen mehr, als ein einzelner Steinhauer schaffen kann. Armer Kerl. Ja, da bauen wir noch ein paar. Bauen wir noch ein paar. Wenn es sonst nichts hilft, hat er im Gasthof wenigstens Gesellschaft. Okay. Oh, unser aktueller Sektor sieht etwas überfüllt aus. Zeit für einen weiteren, finde ich. Aha, okay. Ich dachte, ich soll das erst bauen. Für einen neuen Sektor brauchen wir einen Mutigen, der seine Pflicht in einem Wachturm erfüllt. Aha. Ohne Schutz ziehen unsere Siedler nicht in einen neuen Sektor. Kann man ja verstehen. Okay, woher kriegen wir den? Mutigen haben wir null, oder was? Ich habe null Dorfbewohner. Direkt sieben. Okay, weiter. Findet mit Ansehen ein williges Opfer. Ähm, einen tapferen und edlen Bürger. Williges Opfer. Okay, so. Wie geht denn dann jetzt? Und er sucht, äh, er sucht den tapferen Person. Knotenpunkt. Wo ist der hier unten? Achso, ich schalte einen neuen Sektor frei. Er zählt ein neues Wohnhaus. Er zählt eine neue Steinhörerhütte. Okay. Äh, Halle ist Kaufmanns. Der Schmied. Äh? Muss ich hier drauf drücken, oder was? Okay, das ist ein guter Zeitpunkt. Bei der restlichen Freischaltung der Anzeige anzusehen. Aber ihr wisst, die nächste Fraktionsstufe. Neues Gebäude frei zu schalten, wählt ihr 47. Ähm, ja, verstehe ich jetzt gerade, gerade mal nicht. Und zwar hat Heißen. Ist ein guter Zeitpunkt, um euch die restlichen Freischaltungen in der Anzeige anzusehen. Sodass ihr wisst, wann ihr die nächste Fraktionsstufe, euer neues Produktionsgebäude freischalten könnt. Und, 47, wenn ihr fertig seid. Ihr gebt euch ins Dorf zurück. In euer Dorf. Hier, wir haben ja gar nichts gemacht. Gar nichts, hab ich gemacht. So, schalten neuen Sektor frei. Wen denn? Den hier. Was würde der bringen? Plus 50 Fluss. Wassermaterial. Und Blitzmaterial. Ja, da hätten wir doch zuerst das nehmen sollen. Jetzt haben wir doch das Wassermaterial da für umsonst gebaut. Jot. Kann man die Hütten noch umziehen lassen. Und hier, was ist hier? Plus 50% für Feuermaterial. Das werden wir bestimmt nächste Runde brauchen. Und hier steht noch irgendwas da. Was ist da? Steinbruch. Wir werden hier hingehen. Öffnet das Gebäude, Menü, Wachtturm. Da. Allgemeines Gebäude. Wachtturm. Kann ich hier hin klicken oder da hin klicken. Hier auch. Toll. Das sollte doch ein bisschen zusammen liegen. Ah, hier für Naturprodukte? Also drei Stück könnte ich. Kannst du ein bisschen raus scrollen? Ja, kann ich. Also. Könnte hier, da. Wenn, dann soll das ja zusammen liegen, glaube ich. Würde ich sagen, oder? Dann können wir das hier ein bisschen restrukturieren. Wasser und Blitz. Wir nehmen hier das. Dong. Boom. Mehr Land. Mehr spannende Möglichkeiten. Mehr Insekten, die exponierte Körperteile aussaugten. Okay. Herrlich. So. Im Gewaltmenü erscheint die Steinbruchte rot. Was bedeutet, dass ihr euch den jetzt nicht leisten könnt. Ihr verfügt nicht über genügend Dorfbewohner. Errichtet an einem freien Platz ein Wohnhaus. Okay. Wohnhaus. Danke. Das ist wurscht. Das ist nur grafisch, glaube ich. Sehr schön. Es gibt neue Arbeiter. Und ihr könnt jetzt erneut eine Steinhütte bauen. Okay. Das erhöht sich dann automatisch. Die Rohstoffmenge, die ein Gebäude produziert, kann durch andere Gebäude im selben Sektor, durch den Sektor selbst beeinflusst werden. Okay. Öffnet Gebäudemenü, Steinbauerhütte. Okay. Äh. Das hier, ne? Steinhauerhütte. Plus 15 Kohle. Kohle haben wir hier noch. Und ein Arbeiter. Arbeiter haben wir drei. Okay. Buff. Muss ich das im neuen Ding bauen? Dann kann ich das auch hier bauen. Produktion, Metall und Baumaterial. Baumaterial. Da ziehe ich doch hier. Cleverer, oder? Ahm. Okay. Aber ich fürchte, jetzt ist Zeit zu kämpfen. Da machen wir. In die Weltkarte. Jawohl, jawohl, jawohl. Ja. Um das Spiel zu gewinnen, müsst ihr ganz intern ja befreien. Ihr müsst ihr Tretorium erobern. Bewegt den Cursor über das Tretorium, um zu sehen, was ihr erhaltet. Schützt die Karawane. Er skützt die Karawane. Sitzt niemand. Und hier stärkt die Verteidigung. Er richtet Verteidigungstürme an den Ungezäunten. Und wo? Kann ich noch was erholen? Ich würde sagen, wir nehmen hier das. Und hier sehen wir auch, wo es hingeht. Hier gibt es nachher so Eis. Hier gibt es so... Hier gibt es Berge. Hier wird es langsam eisig. Hier gibt es quasi... Ja. So. Egyptian-Style. Dschungel, Krokodile, Jedöns. Hier gibt es Wüsten. Dementsprechend wird sich dann alles ändern. Ja, ich weiß doch. Ich wollte doch nur erzählen, du Affe. Ja, ist doch gut. Zu Befehl. Nicht sehr freundlich, der Klon. Ja, ihn nehmen wir mit. Ich hätte ja gerne noch ein neues Talent dazu gehabt. Und... Unser... Anslen. Okay. Als die Champions davonritten, ließen sie die Anregung, ein Mitglied einer geheimen Assassinen-Gilde anzuheuern, das die Anführer der gegnerischen Fraktionen töten sollte, in der Luft stehen. Aha. Also noch ein Assassin. Irgendwann. Ja. Vielleicht jetzt. Unsere Kundschaften haben bereits einen Vorkosten errichtet. Sorry. Aber wir müssen sie mit Vorräten und Truppen unterstützen, damit sie ihn zu einer nützlichen Basis ausbauen können. Machen wir. Eskortiert unsere Vorratskarawane durch dieses Gebiet. Denkt daran, es ist Feindes-Territorium. Also seid bereit. Sind wir. Wir sind seitlich gelatscht. Sonst gab's nix. Ich bin bereit. Das ist wohl... Bug oder so. Das sollte wohl irgendwas zeigen. Ich hab aber nix zu gucken. Okay. Da unten gibt's drei Clowns. Okay. Blitz. Wer kriegt von Blitz? Von Natur. Von Natur. Bist du. Natur. Na komm. Erstmal alle drei ein Stück nach vorne. Ach, geh ruhig gehen. Ja. Ja, ich weiß. Zack. Okay. Hoffentlich stehen die schön zusammen. Tante. Kuh. Yes. Dong. Und er auf jeden Fall Glöckchen aufladen. Glöckchen aufladen. Immer wichtig. Wir brauchen Glöckchen. Klingeling. Und du. Insgleich hin. Wir sind erstmal hier rüber. Ich bin bei euch. Hatte schon geballert. Einmal durch. Ich bin bei euch. Okay. Tante. Feuer. Wehe. Müsste der umfallen. Du. Na, ich lass ihn mal auf den. Ach komm. Kannst du noch? Oh, ne. Kann er nicht. Ja, es war easy. Easy haben wir die Platte gemacht. Aha, oh, oh. Hier ist unten das Fragezeichen. Komm ich da hin? Das ist die gute Frage. Kommen wir da hin? Hm. Höchst interessant. Wir können noch, wenn wir die nächste Flussbüge erreichen. Okay, go, go, go. Lauf, 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 lauf. Hier mein Glockenmann. Nenn mir den einen auf die Glocke. So, Feuer. Wie eben auch. Zack. Dafür werde ich bezahlen. Ja, ich weiß. Komm, du kannst den direkt hier eine wischen. Zack. Wing, 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 wing. Okay. Schieß, 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 den dritten Schuss. Hier rüber auf den schießen. Feuer. Boom. Sehr gut. Komm, 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 Männer. Alle drei. Lü, 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 lü. Vielleicht sind er hier. Ich seht. Feuer. Ah, er. Äh. Glocke. Ramin weg, den Typen. Hast du keine Lust, auf den zu schießen? Ach, was. Hier, zack. So, wing. Hat unsere Karawaii gut abgekriegt, oder? Halt, anhalten. Ich kann langsam seitlich scrollen. Hier ist eine Hecke. Da ist eine Fragezeige. Da will ich hin. Lauf, lauf, lauf. Schneller. Das war der Inbegriff des Sieges. So, spiel unterbrochen. Dem pfeffen war ganz normal eine. Hier, komm, ja. Zack, zack. Oh, rennen über den Haufen. Ah, gleich. Was ist das? Das ist was, was wir über den Haufen rennen. Glockenmann. Wieso hat er so wenig Glocken? Verstehe ich nicht. Kuh. Glocken. 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 Komm. dazu? Tatsächlich haben wir noch einen dabei bekommen. Wir müssen uns beeilen. Hier, mach auf das Ding. Go, 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 go. Ja, ja, ich sehe jetzt schon. Pass auf. Den hier. Hier, mach mal jetzt das hier. Dann machst du den auf den. Und ihr beide kümmert euch bitte um den Hit-Signy. Da hatte ich einen am anderen. Die kloppen wir jetzt dann beide weg. Wir werden angegriffen. Red nicht. Da hinten. Okay, go, go, go. Kannst du den Flotti rammen? Ich weiß. Hepp, okay. Macht er jetzt? Du machst wieder Glocke drauf. Und unsere Freundin. Auf jeden Fall hier. Zack. Und den. Feuer. Zündung. Na gut. Sammeln. Was für ein Sieg. Wir alle mal sammeln. Wie ist es hier los? Boah, das geht wieder hektisch. Halt, halt anhalten. Da sind so zwei Stück, drei Stück. Hier sind drei Stück. Uuuuh, juu, juu, juu. Wer ist hier die? Komm. Ja. Glöckchen. Glöckchen. In der Tat. Wie immer. Einmal durch. Ne, Mist. Passt nicht, oder? Jetzt passt es. Du solltest hier durch, Mann. Und du sollst jetzt auf den da schießen. Okay. Hier, weh, macht den da. Zack, nützt er nichts. Und dir hier noch einen Schuss. Und weh, zack, bumm. Hier nochmal Q. Zack. Sehr schön. Rüber, rüber, rüber. Bewegung. Hier ist was, halt. Hier ist was, hier ist was, hier ist was, hier ist was, lauf. So, okay. Und haben wir jetzt? Ich weiß nicht, was das bringt. Entdecke. Wir werden angegriffen. Oh, ach du Schande. Das geht aber ziemlich die Post ab. Ich sehe noch nicht, dass wir angegriffen werden. Wir müssen uns beeilen. Zerschmettert das Ding, dann können wir weiter. Oh nein, 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 lauf doch. Helpp, helpp, helpp. Ich sehe schon, ja, ja. Feuer, alle beide hier. Also weg. Wir haben verloren. Lol. Aber gewillt stärker denn je, zurückzukehren. Beute vom Gegner 9 Silber. Okay. Bonusziel nicht erfüllt. Oh. Das war schwieriger, als ich dachte. Wo habe ich denn den großen Fehler gemacht? Mist. Ich war zu gierig. Ich wollte die Nebenziele auch mal eben so einnehmen. Das war wohl nix. Was war das für ein komischer Leichnamstyp und sonstiges? Spiel gespeichert. Sehr gut. Das nehmen wir direkt für eine weitere Pause. Ist uns nicht gelungen, da das neue Ding zu erobern, oder? Doch, sieht so aus. Ich habe es aufgedeckt, auf jeden Fall. Hier kann ich noch nicht hin. Ja, auf jeden Fall, Leute. Das Game gefällt mir. Hammer, hammer gut, muss ich sagen. Richtig schön. Klein, fummelig. Ja, man muss überlegen, was man macht. Man muss überlegen, wie man vernünftig Ressourcen sammelt. Dann, wie man seine Skills einsetzt. Dass er vernünftig funktioniert. Gefällt mir ja wirklich sehr, sehr gut. Bisschen kleinkörig. Wie gesagt, wenn ihr euch auch gefällt, wenn ihr euch vorbestellen wollt. Unter dem Video ist ein Link, ihr unterstützt mich ein bisschen. Und vor allen Dingen, ich spare dir jede Menge Kohle an. Wenn ihr direkt bei Steam bestellt, kostet, glaube ich, eine ganz normale so ein 30 Euro. Und hier bei mir, oder 24 oder so. Ja. Habt Kohle gespart und mich supportet. Ja, Leute. Ich kann das Ding nur empfehlen. Bisher macht es riesig Spaß. Wird Singleplayer bleiben? Ich glaube, um die 20 Spielstunden. Spielstunden hat das Ding. Ich weiß nicht, ob ich noch eins bringen werde. Von denen hier. Wie gesagt, mir gefällt es sehr gut. Aber ich möchte auch nicht zu viel verraten. Denn wir fangen ja quasi wieder von vorne an. Das weiß ich noch nicht mal, ob sie da ein bisschen mit geändert haben. Naja, wir werden es sehen. Okay. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Habe die Erde. Tschüss.